Das Buchen einer Rundreise ist ganz einfach. Als erstes wählen Sie auf der Seite woltersrundreisen.de das gewünschte Reiseland aus. In unserem Beispiel ist das Irland. Weil wir gerne eine Wanderreise machen möchten, wählen wir unter Reiseart Wanderreisen aus und lassen uns die Reise anzeigen. Nun werden alle relevanten Informationen zur Reise. Über den Reiseverlauf, die inkludierten Leistungen und weitere Infos dargestellt. Unter Termine und Preise wählen Sie zunächst die gewünschte Unterkunftsart. Eine Erklärung zu den noch verfügbaren Zimmern, der Termingarantie und der Mindesteilnehmerzahl finden Sie unterhalb der Reisetermine. Dann wählen Sie den gewünschten Reisetermin. Wir wählen den Termin vom 31. März bis zum 10. April und stellen auf der nächsten Seite die Reise zusammen. Der oben genannte Preis beinhaltet nur die Rundreise, noch nicht den Flug und den Mietwagen oder zubuchbare Ausflüge. Wir tragen die Anzahl der Reisenden ein und wählen die gewünschte Zimmervariante aus. Sofern es mehrere Verpflegungsmöglichkeiten gibt, treffen wir auch hier die Auswahl. Jetzt ist es möglich, optionale Zusatzleistungen zu buchen. In diesem Fall könnte dies ein Ausflug sein. Wir wählen diesen aus und können weitere Informationen dazu auch darstellen lassen. Anschließend möchten wir den Flug inklusive Mietwagen dazubuchen. Hier ist es wichtig zu wissen, dass Flug und Mietwagen nur zusammen dazugebucht werden können. Es dauert einen Moment, bis die Flüge angezeigt werden. Dies liegt daran, dass es sich um Echtzeitabfragen zu tagesaktuellen Preisen und Verfügbarkeiten handelt. Sobald die Antwort da ist, kann der gewünschte Abflughafen ausgewählt werden. Wir wählen den Abflughafen Hamburg und einen Flug mit Eierlingus zum Sondertarif. Für Sondertarife gilt, dass sie maximal bis zum gleichen Abend unverbindlich festgehalten werden können. Auch das Flexpaket mit flexibleren Umbuchungsregeln kann nicht angewendet werden. Danach wählen wir den passenden Mietwagen aus dem großen Angebot renommierter Anbieter. Wir entscheiden uns für einen Kleinwagen. Die entsprechenden Bedingungen des jeweiligen Anbieters können direkt auf der Website geprüft werden und sind dann zu bestätigen. Es folgt eine Zusammenfassung der bisher ausgewählten Leistungen. Diese können auf Wunsch auch noch angepasst werden. Jetzt kann ebenfalls das Zug zum Flugticket hinzugebucht werden. Wir benötigen das Ticket in diesem Fall nicht. Es wird nun der Gesamtpreis für die Rundreise plus Flug- und Mietwagen für die gebuchte Teilnehmerzahl angezeigt. Anschließend ist optional die gewünschte Versicherung auswählbar. Wir empfehlen mindestens die Buchung einer Reiserücktrittskostenversicherung. In diesem Beispiel verzichten wir auf die Versicherung. Eventuell sind noch vorhandene Hinweise zur Buchung zu bestätigen. Sollten Sie weitere unverbindliche Wünsche oder Bemerkungen haben, sind diese bitte im Feld Wünsche einzutragen. Sofern eine unverbindliche Reservierung möglich ist, folgt nun der Hinweis dazu. Unverbindliche Reservierungen werden automatisch zu einer Festbuchung, wenn sie nicht innerhalb der Frist storniert werden. Nun sind die Teilnehmerdaten bzw. die Daten des Rechnungsempfängers einzugeben. Auch muss ausgewählt werden, wer der Hauptfahrer des Mietwagens sein wird. Im Anschluss ist die gewünschte Zahlart zu wählen, wobei die Zahlartrechnung nur bis acht Wochen vor Reisebeginn möglich ist. Sollte ein Gutschein vorliegen, wird der Code hier eingetragen und der Betrag automatisch zum Abzug gebracht. Nun ist die Buchung final zu prüfen sowie den AGB, der Datenschutzerklärung und der EU-Pauschalreiserichtlinie zuzustimmen. Sind alle Häkchen gesetzt, ist nur noch zu entscheiden, ob die Reise unverbindlich reserviert oder sofort zahlungspflichtig gebucht werden soll. Auf der folgenden Seite erhalten Sie die Buchungsnummer. Sie erhalten ebenfalls eine schriftliche Zusammenfassung der Buchung per E-Mail. Die Buchung erscheint auch direkt in unserem Kundenportal MeinWolters. Vielen Dank für Ihr Interesse an Wolters Rundreisen. Noch Fragen? Wir sind gerne für Sie da. Unter www.woltersrundreisen.de.kontakt finden Sie alle Kontaktdaten.